Das Hotel Janta liegt in Nischotze, Horst in Westpommern. Die meisten Gäste des Hotel Janta würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. 42 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,8 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4 von 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.